Sound wieder da, ne? Ich verstehe das auch nicht. Munition voraus. Abgesehen von den brennenden Zombies hier hinten. Wir haben hier ein paar Kugeln. Munition. Ja, ich sehe doch nicht, welche Größe es ist. Ich sehe nur, wo überhaupt Munition ist. Ist okay, ihr habt auch ein bisschen Munition bekommen. 25 Schuss. Hier haben wir eine größere Käste. Und eine Brandgranate, ich nehme mich mal. Okay, ich habe mich mal aufgefüllt. Ich habe Munition. Ciao. Ich habe aber noch nichts zum Heilen. Bei mir ist kurz Bild gefroren. Kurz, da geht weiter. Ja, ja. Da ist ja echt die Hölle los mit dem Ding. Ja. Zum Glück müssen wir ja da runter. Ich habe gerade gedacht, da wäre ein Hund gekommen, ja. Hier ist der Angelio-Spray. Da hinten haben wir noch ein frindes Kraut, falls wer braucht. Ja, ich nehme mal. Ich habe so mit am meisten verloren. So ein Balken. Mal weiter, ja. Ja, klar. War ja jetzt nicht ganz so dramatisch. Ich stand in den Flammen. Wie unfair ist das denn? Guckt euch meine Leben an. Ach, der Top ist ein bisschen. Wow. Aua. Lust für mich. Du blöder Sack. Grip hier. Ich habe jetzt auch nicht reingehauen. Oh. Okay, wir haben... Was ist passiert? Was ist passiert? Wir haben hinten grünes Kraut. An die Zombies, äh, Spray und... Nichts weiteres. Doch, Minen. Wir hängen Minen an der Decke. Was soll das? Ah, ah. Und an der Decke. Ja. An der Decke hängen auch welche. Die Decke, lass die Decke mal Decke sein. Oh, scheiße. Kommt der, soll mal durch die Dinger laufen. Lass die, lass die mal hängen, die Minen-Dinger. Oh, Lufo, du bist... Ja, ja, das ist ja neulich, das. Ich glaube, alt ist Feuer. Ja, das siehst du denn, du, da kämpfst, ey. Ja. Schrecklicher Verlust, Lupo. Hallo, Truppführer. Ach ja, das ist doch hier... ...ein Durjinander. Das ist eine brennende Hölle hier drin, im Inferno-Zombies. Das ist ein Durjinander. Das macht mir nur, Bruder, guck mal, die steht im Feuer, oh Gott, hier, da kann man sich mit angucken. Hey, weiter. Das ist einfach verbrennen lassen, ey. Das war ja, das war jetzt echt schon traurig, was die KI da gerade gemacht hat. Ja, jetzt steht zur Freude, mit vollem Leben, ist klar. Ja, was? Ja, auch nicht schlecht, ne? Das ist ja mir aber echt einfach unfair. Ja, brauche ich. Okay, auf zur Absturzstelle. Von einem Chaos zum nächsten. Seid ruhig. Langsam. Soldaten auf dem Schirm. Ach du, uiuiuiui, neue Idee. Aber nicht nur Soldaten. Ja, lassen wir sich mal Kiesel echt aufmampfen. Ein bisschen Granaten dazu schmeißen. Oh oh. Bam. Ja, einer hat Soldaten blutet. Oh, zwei Bluten. Ich habe nur einen Soldaten auf dem Schirm, der Rest ist schon infiziert. Achtung, Granate. Granate. Wo kommt die her? Scheiße, das ist ja echt krasse. Wow. Wir hätten mehr Zombies kaputt machen sollen. Verdammt, verdammt. Ach du Kacke. Einfach drauf, feuert. Wo macht denn die hier rum? Ja, keine Ahnung. Ich bin hier gerade irgendwo umzingelt von Zombies. Ach, schön, ich bin infiziert, ist ja toll. Erzähl mir, wer da was war. Ja, ja, ich habe alles hier. Zack. Gott, zack, fall da um. Scheiße, ich habe keine Muni mehr. Riesen infiziert, das ist aber echt die Neue, die ich unbedingt haben wollte. Ich will mich stärker. Wahrscheinlich hast du meinen Rest aufgehoben. Ja, ich habe auch noch was gefunden. Ruhige Pflanze, du braust. Frennt man nicht so schnell weg, ich habe Angst. Ey, Schiss in der Boxe. Weil, das wisst ihr ja hier. Ja, ich habe auch noch grünes Kraut, kannst du rauben. Antivirus-Spray. Lass es dir bestellen. Ach ne, Blendgranate. Ja, wo geht's denn ran? Sehr tiefgründig. Erzähl mir mehr davon. Nein. Grünes Kraut und Munition. Kraut? Ja, jetzt, ich meine, wenn da so viel Kraut steht, ist das auch kacke, ey. Da wirst du nur Haie fahren, wenn du so viel da... Das ist auch nix. Ach, das sind die CMPs. Ja. Ja, der Sound ist nervig. Oh, wir müssen einsammeln, ist ja gut. Einer von drei. Hm, da kommt irgendwas. Oh, aus dem Nebel. Feuerzombies. Ja, jetzt kommen schon wieder irgendwer hier aufgescheuchte Vieh hier, oder? Zenozombies. Scheiße, was war das denn? Einfach nix. Awesome. Okay. Jetzt willst du der Obermarker killen. Ja, das ist, ähm, na, Kampf und dann Steuerung links drücken. Dann kommt so ein Move. Alter! Ich lass mich mit umgedrehen. Du darfst mich. Was? Wo bist du denn her? Hahaha. Voll im Kopf weggedreht, ne? Du Scheiße, ne, ey. Na, ihr kratzt schon wieder nach NEP. Das ist doch alles schon wieder... ...absolut. ...einer noch. Richtiges Kulturgut ist das denn. Holt ihr euch. Miss Nikolai. Wolfpack, erledigt ihn. Ihr braucht den ERP. Na, da kommt schon wieder weitere Zombie-Horden. Wohl nah, es hält sich in Grenzen, diesmal für ne Masse, ne? Lupo wird bestiegen. Haha. Ja. Ich stehe da mal in den Zaun. Boah, die alte geht mir so auf'n Sack, ey. Mir ewig da reinzukommen, ey. Ja, und jetzt hab ich laut, dass im Verloren, ey, wegen der Dummkuh, weil sie es nicht hinkriegt. Na, das ist... Pöde Nuska. Im nächsten Spiel finden wir so mit Granaten, ey. Ja, wie kommen die denn hier her? Was soll das denn? Ja, du musst seid ihr, du lass mich nicht allein, ey. Komm's ruhig, komm's ruhig. Komm's ruhig, komm's ruhig, mein Park. Ja, es ist ja... Ja, danke. Nein! Weißt du, du stehst da, macht nicht das so. Er hat nix, oder? Dann red doch mit mir. Ich hab doch. Ich hab immer etwas. Sniper jetzt nicht mehr. Alter. Dieses kommunistische Schwein. Macht's fertig. Wo sind wir? Müssen wir den jetzt erlegen, oder? Werft Granaten durchs Fenster? Oh, ja. Ich habe Gefechtsdaten für Operation Wardstop gesammelt. Und ihr wart mir dabei eine große Hilfe. Natürlich will mein Kunde die Informationen und wird dafür bezahlen. Und niemand wird mich aufhalten. Ja, doch, mir, ne? Granaten immer durchs Fenster rennen. Ha, 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 ha. Das ist leichter als ich dachte. Ich habe die USS wohl überschätzt. Und das war's, oder was? Schlag. Was ist denn jetzt? Jetzt kommt da irgendwelche... Irgendwelches Zeug da gekolcht. Warte, der hat den Gefahrensgern an. Jo, die sind überall um uns herum. Ist ja schön. Hä? Was zur Hölle hast du das gesehen? Äh, ich habe übrigens keine, äh, äh, ich bin infiziert. Okay. Und... Wo bist du? Wo bist du? Hier. Ja, hier. Neben mir. Boah. Danke. Granate. Boah. Er hat einen Sniper und er wirft mit Granaten. So ein Sackgesicht. Einmal bombardieren. Uh, die Granaten haben gesessen. Denkung. Wo ist er denn jetzt? Auf der hier Seite. Die anderen Seite. Oh, okay. Oh, ne Tür wieder. Scheiße hier schon wieder. Irgendwelche Polizisten hier aus dem Schächten. Passt, die Dolphine gesucht haben. Ich bin vollgerotzt. Ach so, ein Scherz hat mich von infiziert, ey. Da wäre ich jetzt vorsichtig, ne? Na, wo ist denn der Sack? Ja, läuft aber, Jungs, oder? Oh, ja, das geht prima gerade. Wollte ich, es ist ja jetzt auch nicht so wirklich fordern. Der geht von Fenster zu Fenster, ne? Jo, wir werfen... Oh, boah, nice. Oh, Mann, der erste Treffer. Auf dich muss ich wohl besser aufraschen. Hat er dich getroffen gehabt, oder? Ja, genau, als ich gesagt habe. Ja, ist jetzt auch nicht so fordern. Tot. Das war eine Brandgranate. Fuck. Zeig dein hellliches Angesicht. Ja, ja, der hält ordentlich aus, er hat irgendein Stahlgesicht, oder sowas. Ich weiß auch nicht. Okay, Gebäudestürm also, okay. Nehmt noch alles mit, was ihr mitnehmen könnt. Splittergranaten. Oh, hier munition voll. Was weiß ich. Hab sie mal hier. Oh, ein Piano. So, okay, bin da. Ja, wir haben. Wer spielt die Melodie?